hier leute was geht er ist wieder am start mit dem mc4 gameplay live commentary netz gameplay und ja ich habe gedacht so knapp im witz mc und deswegen muss ich es halt machen kann man nichts machen muss er zu sein weil wenn ihr mc wollt muss es uns ist einsehen so zu sagen und die muss generell ein bisschen übung kommen für mc5 wenn es dann kommt zum beispiel sieht man ein bisschen was so das beste was mal war muss ich zugeben ist nicht schon gebraucht aber du bist dann besser müssen sie mag ich weg von meiner fressen ich bin alle drüben jetzt sie kommen in ihren sporn herum gern ist denn das bauen und werden wer sind sagen wenn man sporn schrecken kennt jetzt verlassen soll leider so wird in der jahre scheiße und dann wie hat er mich gerade mit einer so kass um braucht nicht schlecht noch der chart ist weiter aus 6 den camper ich finde es so richtig labrig muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es so richtig warm danke junger der hat mich nicht mehr gesehen der hat mich nicht mehr gesehen so richtig warm denn haben wir dann haben wir dann haben wir genau mal bitte nicht aber dann haben wir na bitte nicht Die spawnen auch wieder da. Kommt's, kommt's. Ich weiß, dass sie wieder da spawnen irgendwo. Das bringen uns meine ganzen Leute um. Was soll das? Da ist einer. Nix, nix. Nix. Das war's, man's ganz. Das kann man lassen, oder? Jo. Das ist ja nur eine Runde dran, Hänger, Leute. Ich weiß es nicht. Bin ich so nett, oder bin ich nicht so nett? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin nicht so nett, oder? Ja, die starten. Wenn's jetzt nicht starten, dann werde ich aufhören. Der Düse. Hat er nicht nur einen Account, ich glaub schon. Geh, starten, noch eine Runde. Okay, das sind jetzt die letzten Sekunden. Ja, die werden nochmal tun. Und jetzt nicht tun, dann beendet ihr das Live-Kommentary damit. Und ich hoffe, dass es dann Spaß gehabt hat. Ich mein, das war zu uns ganz kommend nix, oder? Und, ja. Jetzt wird's... Ja, passt. Lasst den Kommentar und die Bewertung da, Leute. Ich werde schauen, dass ich wieder ein paar Game-Laser spüre, dass ich Commentaries machen kann. Und nicht immer nur Live-Kommentaries. Auf jeden Fall, es hat sich einer gewünscht nochmal, dass ich Live-Kommentary mache. Schaut's bei Twitter und Twitch bei mir vorbei. Ich bin raus, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020